Was ist der massive Ausbau des Überwachungsstaates? Ich bin nicht davon überzeugt, dass der massive Ausbau des Überwachungsstaates tatsächlich dazu beiträgt, dass wir weniger Terroranschläge bekommen. Es vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, aber auch nur subjektives Sicherheitsgefühl. Aber die mehrmaligen Anschläge in Frankreich haben gezeigt, dass auch ein massiv ausgebauter Überwachungsstaat keine Anschläge verhindern kann.